Das Monsterhaus mal an was kaputt gegangen ist heute alles. Propeller 1, Propeller 2, ist komplett verschmort. Da hat die X-Halterung rausgerissen. Schraube locker, Schraube raus. Die Linse hat auch einen Kleinfahrer. Ist nicht viel. Ok, weiter geht's. Die Linse hat auch einen Kleinfahrer. Die Linse hat auch einen Kleinfahrer. Die Linse hat auch einen Kleinfahrer.